Hallo, Moin, Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Mein Name ist Janine Mähner und ich bin Moderatorin und Reporterin. Und seit meinem 21. Lebensjahr moderiere ich unterschiedliche Live-Formate. Dabei ist mir persönlich eine intensive Vorbereitung besonders wichtig. Egal ob in Gummistiefeln oder High Heels, ich moderiere konversationssicher auf Deutsch, Englisch und Französisch ihr Programm. Herzlich willkommen Janine Mähner. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Stadtteil-Magazin. Sommer, Sonne, Badewetter. Ich freue mich schon ganz sehr, ich bin sehr gespannt. Ich bin übrigens die erste Moderatorin in Deutschland, die Wer wird Millionär moderiert. Friedrich Schiller schrieb A, die Gangster, B, die Banditen, C, die Räuber oder D, die Gauner. Dann geht es bei diesem Rekord darum, dass zwei Teams so viele Wäschestücke wie möglich auf dieser Wäscheleine befestigen. Heute wieder strahlendes Wetter. Ich weiß nicht, haben Sie hier in Groß-Waltersdorf einen guten Draht zum Wettergott. Letztes Jahr hatten wir strahlend blauen Himmel, Sonnenschein. Es wird heute spannend, künstlerisch, ganz lecker und technisch. Also seien Sie gespannt und bleiben Sie dran. Das waren unsere Sänger, unsere Solisten des AIDA Luna Show Ensemble. Und ich habe Ihnen ja schon mehrere Male gesagt, dass es sich um richtige Stars handelt. Und all diese Leute haben wir hier heute auf der Bühne gesehen. Fantastisch. Macht euch auch Spaß hier in der Natur? Ja, also es ist ganz schön. Auch die frische Luft, Dünnerluft. Und ihr habt keine Schule, ne? Das ist natürlich auch immer schön, oder? Gewinnen Sie auf der ganzen Ziellinie zufriedene Kunden und neue Zielgruppen. Gemeinsam mit mir, Janine Mehner. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.